Junge, ich beherrsch den Krieger schon wie eine Eins, ne? Hier mit den Haltungswechseln und so, ne? Nur Schaden machen dazu. Ja, da wurde ich weggefickt, ne? Komm, ich reiß dich mal, der Erste. Der Erste Krieger ist schon wie bei einem. Und dann eine Sekunde später gestorben, Junge. Du hast ja zum Beispiel, ähm, der Paladin, der hat ja, der hat ja, der hat ja zum Beispiel seine Segen, hat er ja komplett pro Klasse vergeben. Ich hab mir Baumrenne gegeben, ich kriege ein bisschen weniger Damage. Aber du musst mich heilen jetzt. Ja, ja, ja. Ja, 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 da liegt der andere. Oh, fuck. Ja, ohne Tank ist halt blöd, ne? Haut den um, dann kommt er halt auch nicht so viel Leben. Haut den um. Kommt erst jetzt, mach mal was für deinen Geh. Zur Wick? Ja. Kann mich irgendwie retten? Nee, ne? Mann! Ja, Fahrgut, es war nicht so toll. Boah, ich schwemme immer so heiß. In der prallen Sonne, da rasen wir. Da warst du richtig am Schwitzen, ne? Ja, richtig schön. Oh, war geil. Ich hab extra mein weißes Tücher angezogen. Ich grüße Timo, ja. Ich grüße zurück. Ich mach jetzt hier noch eine Mission und dann legen wir das Ding an. So, hier ist der Koffer. Der Schlafkoffer. So. Schritt 1. Ziehen Sie die Vorhaut zurück. Ziehen Sie die Vorhaut langsam zurück. Das hier mit Parfüm eingesprüht, Junge. Das riecht übelst nach Parfüm. Warte mal, wie hat die mir das denn erklärt? Ach, Junge. Ah, guck mal, da leuchtet schon, ne? Seht ihr das? Das ist jetzt übrigens mein Schlafshirt. Ne, warte, ich zieh mir kurz mein Schlafshirt an, ja? Beruhigt euch. Ich bin euer Dance Instructor. Ich esse gerade ein Schnickers-Ei und das ist schon sehr geil, ne? Aber wie darfst du das denn in deiner Diät? Ja. Kannst du mal sehen, ne? Ich mal eine Kohle-Diät, ne? Eine was? Eine Kohle-Diät. Eine Kohle-Diät? Was machst du da? Ja, ich trage die Lebensmittel ein in der App, die ich esse. Und dann solche Sachen wie Eis trage ich halt da nicht ein. Dann kann man sich auch mal ein Eis können. Ja, das Eis trage ich dann eben nicht ein in die App, ne? Ja. Ja, aber das ist ja voll unschlau. Oder? Warum? Die Geistern, ich... So. Jetzt habe ich den Schlammanzug an. So. Und jetzt? Ja, ich bin so... Ich muss... Wollt's euch machen? Ich muss dann immer noch ein Shirt anziehen. So. Ihr beruhigt euch jetzt. Leute, was ist los? Man, schild mal ein bisschen. Ich muss dann jetzt anziehen, das Ding. Ist doch in Ordnung. Jetzt kommt mal ein bisschen runter, man. Ich muss mich konzentrieren. So. Warte mal, was hat die gesagt? Das auf Brusthöhe. Ja, das ist... Ja, genau. Das ist richtig. Was ist das denn hier für ein Ding? Junge, das wird doch nix. Das sehe ich doch jetzt schon. So. Dann... Beruhigt euch. So. Das geht nicht bei dem Outfit. Das ist mein Schlafanzug-Shirt. Jetzt hör auf, ne? Zu reden hier. Äh, ich... Hier einfach... Ich lustig zu machen. Ich... Das kommt... An der Nase ran. So. Ja. Ja. So, Freunde, wir haben mit, ne? Wir haben mit. Äh, du hättest doch einfach von der... Das waren auf dem Rückweg. Stimmt, ich halte ja nix aus, ne? Ja. Müssen wir ganz nach oben. Hier spawnt gleich der... Möppel. Recht draufhauen. Den kann nur einer bekommen, ne? Oh. Jeder versucht, den zu bekommen. Oh, nee, Alter. Hab ihn. Jetzt hast du dir uns richtig. Ja, das ist richtig. Bye, bye, ihr Wichser. Junge, sag dir noch mal, bye, bye. Junge. Oh, nee. Jetzt hab ich mal auf mein T-Shirt bewustet, hier. Oh, nee, dein Stream ist off. Oh. Ah, biederlich. Ich hab jetzt ein bisschen... Nein, dein Stream ist off. Nein, 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 nein Bis zum nächsten Mal.